Im letzten Jahr bestritten die Kaufland-Hangry Knights ihre Reise in Division 2 der Prime League. Spannende Games, Gänsehautmomente und Zusammenhalt haben das Team an diesen Punkt gebracht. Eine neue Generation von Spielern ist nun bereit für die Kluft der Beschwörer. Sven in der Top-Lane Just-in-Time im Jungle Knight in der Mid-Lane Avra als AD Carry Wisdom als Support und Dimxa als Coach Ihr Ziel? Nichts Geringeres als die Playoffs 2024 Wir sind Hangry! Wir sind die Kaufland-Hangry Knights!